Herzlich Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time, hier im Schattentempel. Ja, gehen wir hier mal durch. Immer natürlich hier das Auge anhaben, man weiß ja nie, hier geht es zum Beispiel weiter. Oder ob es hier in der Mitte weitergeht, hier geht es weiter. Ja, ja. So, wir gehen hier mal rein. So. Na, wo sind sie? Okay. So. Na, wo sind sie? So. Stirb. 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 Jawohl. Nummer 1. Mach dich mal aus. Und. Stirb. So. Okay. Raum gelöst. Was bekommen wir? Mit Ruhe. Die große sogar. Wahnsinn. Für dieses Pillow-Rätsel. So eine große Truhe. Heute nimmt übrigens meine Folge auf. Die Stimme ist ein bisschen sehr angeschlagen. sehr schön. Die Karte. Sehr schön. Die brauche ich hier in dem Mansion auch, weil das ist wirklich eher ein Tempel, bei dem ich auch am wenigsten mit auskenn. kann ich hier in dem Augen der Wahrheit sagen. Ja. Alla. Kannst du mal aufhören? Gut, dann gehen wir jetzt. So. So. Okay. Ähm. Der mit Abstand nervig sind. Tempel. Er zauft. So. Und weg. So. Eins. Na? Na? Der Boss ist, wenn man weiß, wie er geht, relativ einfach. Hier. Nimm mich. Dankeschön. Tierenfresser. Ist ja bloß ein Zwischenboss. Interessant. Na komm. Kannst du mich mal loslassen? Oh ne. Jetzt hüpfe ich in den nächsten rein. So. Oh. Ernsthaft. So. Kommen wir mal alle Hände hier kaputt. So. Okay. Na komm. Komm her. Alter. Jetzt. Genau jetzt. Du bist born die scheiß Hände. So. So. Das war's. Blum. Ja, ja. Geben wir einen Schlüssel oder sowas. Ne. Einen Kompass. Okay, dann kriegen wir halt den Kompass. Also ich geh mal stark davon aus, dass wir den Kompass bekommen. Die Schuhe wären zwar auch schon ganz nett, aber ein bisschen früh wird den Kompass gehalten. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wie groß dieser Dungeon war. Das sind tatsächlich die Schuhe. Die Gleitstiefel. Ja. Ähm. Damit für kurze Zeit sogar Abkunde überqueren. Habe Mut und vertraue den Stiefeln. Ja, können wir jetzt mal kurz zeigen. Der letzte Nähstand hier. Mit denen gleiten wir auch so ein bisschen über den Boden. Fallen aber auch nicht mehr so leicht runter. Ich finde sie aber generell nicht so gut. Ähm. Mit diesen Stiefeln hätten wir im letzten Dungeon viel leichter an den Kristallrand kommen können. Ja, ja. Ähm. Aber so geht's ja auch. Klopp, klopp. Pegasus Stiefel, Gleitstiefel. Kennt man. Oh, 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 oh. So. Was ich hier mit den Totenköpfen machen muss, weiß ich gerade nicht mehr. Ähm. Okay. Gucken wir doch mal. Was? Was steht da? Eins. Zwei. Zu dem hier. Okay. Na komm. Und noch einmal. So. Jetzt lassen wir mal den Knopf los. Ich drehe dich zum Totenkopf. Bingo. Das war die Rätselslösung. Das nicht. Ich bin trotzdem runtergefallen. Trotz Gleitstiefel. Das ist der Scheiß. Nein, gut. Die steuern sich auch ein bisschen dumm. Ja. 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 Passt schon. So. So. Alla. Bleib mal ganz ruhig. Na. Oh. Das soll doch nicht wahr sein. Moment. Wir haben ein paar Versuche Zeit. Also. Jawohl. Geschafft. Ach nee, mir lassen die Gletschstiefel noch ein bisschen an. Ähm. Ich möchte gerne hier runter blicken. Okay, da ist nichts. Ah, ein Abwehrens. Okay. Wir ziehen die Gletschstiefel aus. Die nerven mich jetzt schon ganz schön. Mit dem Lederstiefel bin ich auch ganz flott. Oh. Heps. So. Gucken wir uns hier mal um. Hier hätten wir einen Gang. Hier hätten wir einen Gang. Und in der Mitte ist nichts. Ist. Okay, hier können wir aber springen. Okay, hier bräuchten wir den Schlüssel. Dann gehen wir hier rein. Okay, wir müssen wieder gegen irgendwas kämpfen. Ach, Mumien, die sind also auch für mich gefährlich. Ah, interessant. So. So. The Great. Wirbelwind. Attack of Greatness. Hat das schon geregelt. Danke für die Energie. So, haben wir den Kompass jetzt auch. Leute, es geht voran. Oh, der Kompass. So. Ach so, jetzt ist dieses Ding da draußen natürlich wieder da. Hat sich also voll gelohnt. So. Neuer Raum. Okay. Eins. Wow. Nehmen wir uns das hier. Okay, hier könnte ich nach unten fallen. Will ich aber nicht. So. Wir weichen den Sensen ein bisschen aus. Okay, kein Ding. Wie komme ich an dich dran? So. Okay. Okay, die Tür. Au. Zum Schlüssel wäre offen. Au. Und wo ist die Tür? Ist das? Hä? Moment. Die wird hier drüben sein. Au. So. Gut. Dann gehen wir mal wieder raus. Au. Au. Okay. Au. Okay. Drunter rollen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Wie ich hab's denn von mir noch geht. So. Tag, Herr Euglein. Ach so. Okay. Gucken wir mal. Ich höre hier schon ein paar Geräusche. Geräusche, die mir nicht gefallen. Ich renne hier in alle rein, oder? Okay. Ich renne hier in alle rein, oder? Ja. Ähm. Probieren wir es, oder? Ja. Und zurück. Auge. Alles in das Auge. Bisschen, bisschen, bisschen. Achte auf die Schatten der Kreaturen an der Decke. Jawohl. Okay. Schatten der Kreaturen an der Decke. Haben wir ja... Okay, Leute. Diesen Raum mag ich nicht. Ich weiß nämlich nicht mehr so ganz, wie ich den gelöst habe. Er war auf jeden Fall... Also, ich weiß noch, dass ich sehr zufällig war. Ja. Au. Naja. Wir sterben nicht instant dabei. Hep. So, und jetzt. Hala. Na, komm her. Dude. Dude. Hala. Oh, mit diesen Schuhen zu kämpfen, ist voll ungeil. So. Jawohl. Gib mir deine Lüsse. Moment. Äh. Moment. Okay, wir gehen jetzt... Erst ist es hier entlang. Denn das ist unsichtbar. Unsichtbarer Shit. Heps. Heps. Okay, dann gehen wir hier weiter. Und hier. Und hier. So. Okay, ich höre schon. schon wieder so ein Rätsel. Ach, die sind unsichtbar. Ach, das ist ja interessant. Was haben wir hier denn noch alles so unsichtbares. Wow. Sehr geil. Er hat uns... Du hast deine Rüstung verloren. Die Rüstung kostet. Okay. Muss ich anders machen. Oh. Okay. Gib mir meine Rüstung. Ja, ja. Aber wie komme ich jetzt hier durch? Das ich nicht verstehe. Hm. Äh. Eins. Und... Zwei. Da hinten sind noch welche. Au. Hier gibt es nichts zum Randziehen. Okay. Ach, Moment. Kann ich mir den hier auch mit dem holen? Okay. Ah, okay. Das war das Rätselslösung. Na dann. Au. Nur für die Tiefel hier. Oder was? So. Und für dich. Hier sind aber zwei Truhen. Wow. Nee. Ich hab... Ach, ich hab immer noch diese Kackstiefelchen an. Okay. Und plopp. Scheiße. Scheiße. Okay. Aber wisst ihr was? Hier beende ich die Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Video, Leute. Tschau. ARD Text im Auftrag von Funk